Vielleicht war das gar nicht so hardcore mega schlecht, doch war es an sich schon, aber ich mag die einfach nicht. Ich glaube, das ist schon das größte Problem. Ich finde, du musst mit der immens viel Können haben oder Training mit dem Helden an sich. Für das, was sie kann, ist das nicht so die Bombe, finde ich. Wenn jemand gleiche Energie und gleichen Skill in einen anderen Helden steckt, bekommt er eventuell mehr raus. Also, so ist meine Empfindung. Vielleicht ist es ja auch ganz anders, aber ich habe jetzt noch keine richtig krasse... Nee, nee, ich habe noch keine krasse Tracer gesehen. Ich habe noch keine gute gesehen. Ach so ist das, ja? Okay. Im Gegner-Team, wo ich jetzt gedacht hätte, wow, die macht mich voll fertig oder uns. Ich sammle die Essenz von Toten. Wage nicht, von mir zu stehlen. Im Gegner-Team ist einer gemutet. Ja, nice. Ein Hammer-Spieler, der sagt eigentlich schon alles. Das ist einer von den guten. Irgendeiner muss unten hingehen, ich mache keinen Lane. Ja, ich mache schon mal. Und Nova glaube ich auch nicht. Sagara Top New Meter, ne? Läuft. Oh, da hat mich geblendet. Aber eben war schön, das Setup, was wir hatten in der Hero League, ne? War sehr schön. Ah, der gemutet Hammer ist schon tot. Ja. Einfach stehen geblieben. Ich weiß, warum der gemutet ist. Ich auch. Der Serratul wurde gezimmelt. Ne, du hast das Glück gesehen, du hast auf der Gruppe oder nicht, Timo? Die haben nur Auto-Attacker genommen. Nur Auto-Attacker. Ach ja, doch, das habe ich gesehen, ja. Die haben mich richtig hart überfahren. Die haben mich richtig hart überfahren. Was? Hammer ist eigentlich der Geilste, der steht in den Busch rum. Ich bleib rot, ne? Push weiter. Da hatte ich nicht genug Blink-Charges. Ja, aber ab jetzt habe ich mich mehr stark. Ähm, ich komme hoch, ja genau, wollte ich gerade sagen. Mal greifen erstmal drauf stehen. Alter. Wir haben genug von der Macht, wo ein Erfettbild gestohlt. Nun kümmert euch wieder. Warte mal. Alter, krass. Hast du die Ulti abgekriegt, Art? Keine Ahnung, ich habe drei Leute abgekriegt, ey. Ich hatte ja irgendwie gedacht, das ist ein 3 gegen 3, aber, also ein 2 gegen 3, weil wir waren zu dritt, die nur zu zweit und dann ist der Seratul noch aufgekloppt. Das ist ein 3 gegen 1 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 gegen Das ist ein Mann, oder? Oh! Pass mit den Tower Shots auf, du tankst sie gerade Oh Oh shit Alter Deppel ist noch, ne? Okay, ich verwende das mal, aber du bist jetzt alleine Und Licht auf nach vorne Ah, Zagara pusht oben, die war die ganze Zeit nicht da Ja Die Aktion gerade von der Tracer war auch nice Hat die gemacht? Ja, die ist einfach durch Weiß Zagara was gestorben Durch Zagara? Ja Ja Aber das war für die so null Anstrengung So, ich drehe mich mal um, mach 3 Auto-Attacks Tschööö Ja, die ist halt ein Monster-Squish-Idee Ja Wollen wir den Hämmer mal abräumen, ja? Das habe ich die letzte Runde auch schon festgestellt Jo, ich komme Oh, diese Noob-Ult, yeah Hat doch noch gereicht Das ist core Okay, danke Das ist unser Kiefer Jetzt ist neu Das ist unser Kiefer Wie jedes Sand Da ist dieses Kapelt Untertitel Wie ist das Kiefer Wie ist das Kiefer Wie ist das? Du hast Ich muss mich zuerst beziehen von mir. Ich ziehe mich zurück, bitte. Oh, danke nicht. Ey, den Hammer kann man echt einfach so reporten, dann macht man nichts falsch. Irgendwie schon, hm. Da weißt du auf jeden Fall, dass er es verdient hat. Oh, war Porto nicht weg. Ich bin in der Mitte. Nice. Oh, ne Aborto-Mille. Hm. Oh, lol. Im Transit. Ja, und ich geblinkt bin. Boom. Oh. 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 Wollen wir eben unser Hardcamp machen Unsere Feinde entwickeln sich nicht, sie sind uns aus dem Ausland Ah fuck Tötet diese Seiten auf uns Joanna und äh Okay, die sind alle top Umso von hinten Meiner Magie erfüllen Röchter, lasst keinen dieser elenden Stärklichen in ihre Nähe Alter, schon wie Recoil gemacht und in Abatum gelandet, ey Ach, Mist, ey Die Daffen nach unten nicht Oh Teufel, wir müssen große Herren Racer hat gerade eine Ansage gemacht Was, welche denn? Echt, wo? Dafür werden sie jetzt bezahlt Ach soo Magie in meiner Tempel versiegt Geht, führt euren Entwerpt Das war euer Fall Lol, der Hammer ist echt so bad, ey Ich löscht ihr nicht aus Ich geh Ich löscht Na, nein Ach! Knappes Ding. Wo war die Zagara? Wer denn hier am Start? Ja, aber starte ich auch noch mal keine Aktion abstart, ich mach nur Split Push. Hey Boss. Wobei man es ja nicht vorwerfen kann, dass es nicht klappt. Die ebenfalls wären geiler, aber... Ja, eben. Aber die machen den Boss. Kann sein, dass sie jetzt ablassen. Ich bin in 26 Sekunden fort, ich muss sofort hin. Ja, die haben abgelassen. Obwohl... Nein. Nein. Wo ist er vor der Back? Johanna macht nichts mehr. Emma schießt drauf. Den man sich zurückgesetzt hat. Emma schießt immer noch drauf. Dad. Da ist jetzt. Wir sind nicht unbegleht. Das muss aus Überleben des Starksten. Entschuldigung. Die Leute... Die Leute die Minnen... Na ja, Lagen Scheiss, Scheiss, naja die macht so viel Damage Ach die, warum haut die, äh Eis Nicht mehr gereicht den Jappen Ja die Raum ist jetzt da gar auch weggegangen, ey Big Match Ja, Nova zehnmal gestorben Ja ja Den Hammer eigentlich auch fast neunmal Ich glaub die hat Connection Probleme, anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen Ja Ja, Emma Ne, ähm Unser Nova, weil die ist so schlecht Lass ab Ja 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 Da ist er Ach, der blöde Abator schon wieder. Das ist echt nicht meine Runde heute. Abator OP, ne? Ich dachte, du zeigst mir ein paar Tricks. Ja, doch nicht. Ja, was ist bei den Gegnern? Die sind nix zu wegschnappulieren. Ja, weiß ich doch. Guck mal, das andere Easy auch noch. Hatte ich vor. Oh, eine Lichtkönig geben. Unsere Feinde entwickeln sich nicht. Sie sind uns nicht gewachsen. Oh, brauchen nur ein paar Schüsse, dann war's das schon. Ich bin oben. Johanna muss sterben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. das reich ist 12 tote nur überläuft